Der spirituelle Name Devaki. Devaki ist ein spiritueller Name, der Aspirantinnen gegeben werden kann mit Krishna-Mantra. Devaki war die Mutter von Krishna. Wenn du den Namen Devaki hast, soll das heißen, dass alles, was du tust, letztlich für Krishna ist. Devaki heißt auch diejenige, die strahlt und die leuchtend ist. Du willst also das Licht Gottes in dir spüren und Gott weitergeben. Ich habe schon einen längeren Vortrag gegeben über Devaki, den du auf unserem Wiki findest, wiki.yoga-vidya.de Deshalb halte ich mich in diesem Video kurz.